Da hast du jetzt keine Ahnung, oder? Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Motorblock! Ich bin mit meiner Schwester unterwegs, die hat heute die Prüfung bestanden und ich würde behaupten, wir fahren jetzt mal eine Runde aber vorher muss ich gerade einmal an der Waschstraße anhalten beziehungsweise an der Selbstwaschanlage hier weil ich habe gerade mein Motorrad mit so Reiniger-Zeugs komplett eingepinselt, sag ich mal und das muss runter, ich hatte keine Möglichkeit gerade das auf der Schnelle mit einem Schlauch bei uns zu machen und so und dann bin ich faul und mache das hier das heißt ich putze mein Moped hier ganz grob mal und ja mal schauen was heute so passiert ich wünsche euch viel Spaß mach mal die Spam-Karten wegnehmen, damit die nicht... das hält doch nicht man spammt hier, nimm es in der Hand jetzt mal Kleingeld machen Kleingeld machen komm, nimm mein Geld hä, wie das willst du nicht? oh mein Gott äh bitte berühren die ja, Geld wechsel nein mein Geld lass auslaut ich kann raus und dann raus ist schon alles da ich kann ich kann mal ganz kurz aus schau was ? Schaumbürste, Schaumbürste, ja gefällt dir das? Nadine, gefällt dir das? Schön ist es auf der Welt zu sein, nanananananana, wuhuhuhu, geh weg du scheiß Ding, so, ach, ein Euro, hey, ach der ist ja durchgefallen, ich dachte gerade, Junge, Junge, hab ich mir gerade in die Hose gekackt, dass er mein Euro geklaut hat, so, super, 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 am 호, sodass, wie, dass er Dosen gibt, Fertig! So viel ist wieder schön sauber! Glinzomat! Gerade mal noch auf dem Pick machen, für Insta würde ich sagen, ne? An dieser Stelle folgt mir auf Insta! Und wieder sauber! Ja nice! Und jetzt wird gefahren! Aber Nadine muss erst mal nach ihrer Luft gucken und wenn wir schon so weit sind, gucke ich auch nach Luft. Boah, ich bin so am schwitzen, ey! Das ist ja widerlich! Heute ist halt echt mega warm! So richtig hot! Alter, ich bin so am schwitzen, ey! Ich bin richtig am schwitzen, ey! Hä? Ich bin richtig am schwitzen! Das hört sich an wie so ein Turbo! Wim, wim! Es könnte sein, dass du eventuell einen Sportauspuff brauchst! Hä? Du brauchst eventuell einen Sportauspuff! Rauchst du mir einen? Aber das ist immer ein kleines Fehler nicht! Hä? Scheiße! Motorrad! Pink! Ey, das hört sich fast so cool an wie Luisas Motorrad! Hut zu YOUR GEEL aus. Ho! Aber mein ist schneller! Rum, 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 rum das�zen! Rum, 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 rum! Okay! high nah high high nein meine 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 AgPartner so 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 Aus die Maschine wir müssen vielleicht noch ein bisschen schneller fahren weil wirs auch warm ihr muskst ein Stück vor ein stück vor dann sehe ich auch von hier noch ein stück stück vor noch ein stück hast du den ersten gang drin zimmer kupplung ja musst du probieren ja so hä, wieso geht die nicht weiter vor? hä, ich hab den ja noch gefeiert ok weiter dran lassen passt, warte abziehen jetzt deckel dringst wieder dran wenn du ne bremsscheibe kommst, hast du schwarze hände hä? schon zu spät ist mir warm da unten ist er doch das doch nadine, warte mal, warte mal, warte mal, machen wir nochmal zurück ich brauch nen thumbnail folg dich mal nochmal wie gerade mach auf zwei, drei zwei, drei zwei, drei ich zwei, drei ja, hast du dran? ja 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 okay, ich hab nen thumbnail, es wird schon fertig da kommt ein traktor da kommt ein roter traktor nice ja 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 ja